Ich habe eine Latzhose unter meiner Rüste. Wenn du irgendwo Spuren siehst, dann sag mal Bescheid. Ich will das doch nur umbringen. Das sieht doch voll süß aus. Das kann man nicht umbringen. Das kann man essen. Du willst das doch gar nicht essen. Wo sind die ganzen Sachen? Ich brauche Fußspuren. Hier oben ist ein Fußball. Da wo ich gerade bin, da war einer. Die Verfahren rote Popos. Das ist unkohl. Wo ist die Scheiße? Wo ist die Scheiße? Facke. Wo ist die Scheiße? Facke. Die hätte die jetzt auch nichts mehr genutzt. Die da, um die Dinge zu den Baum anzuzünden. Ein Büffelo. Kann ich mir wohl schön. Also, wo bei mir wäre ein Spider-Glan. Das ist ja gut zu wissen. Das ist deine Art, nicht anzulocken. Ich habe auch noch eins in der Tasche. So ist es nicht. Magst du vorbeikommen, Alex? Nachdem ich im Sumpf war, könnte ich das mal machen. Eine Bienenmine. Ach, wie schön. Die sind zum Beispiel gar nicht schlecht. Aber ich würde eher sagen, Hundezahnpfeilen oder so. Die sind... Boah, hier ist ja nichts. Achso. Ich dachte schon wieder, du bist gestorben. Ich dachte erst genau, ich auch. Ich dachte erst... Immer Panik, wenn da oben irgendwas aufbeliegend... Was ist denn los? Das ist gar nicht mal rum. So, was kann ich denn hier alles... So. Hallo, Geist. Ich mach dich verrückt. Ja, das kann ich gerade gebrauchen. Äh, sorry. Stimmt. Ja, ich hätte das Ding da einfach mal ins Lager legen können. So, wo ist denn hier das... Das Ding ist, ich kann nicht mal... Dich hier wiederbeleben wäre nämlich auch Quatsch. Weil du dann in der Pampa rumstehst. Ohne Klamotte. Die ganzen Schweine schlafen jetzt. Klare ich ihnen ihre Fähne ab. So, wie mache ich denn Heilzeug? Ich sehe... Das Heilzeug? Aber ich habe... Ne, ich habe ja eh nie. Aha, ich höre schon. Geh weg, du blöde Hand. Geh weg. Ne. Geh weg, habe ich gesagt. Komm zurück. Sie sind da ein bisschen eigen. Aber jetzt Kleidung. Ne, oder was finde ich denn hier, diesen blöde Halsstein? Äh, ja. Survival. Survival. Ach, ich bin... Das finde ich doch. Du musst an der Rundenmaschine stehen, damit du das bauen kannst. Ja, ja, bin ich. Ich kann nicht. Vogelfalle, Körpernetz, Wasserballon. Ach, da unten, Wärmesteine. Oh, Steine. Das ist bei einem Wärmestein jetzt nicht so unüblich. Ja, aber wir haben keine Steine. Bei mir liegen Steine. Ja. Da kannst du jetzt... Na gut. Nur du und ich, du ähnliches Spinnengetier. Komm her. Mein Problem ist ja dafür, dass ihr kalt ist. Hm. Komm her. Komm her. Hier sind wir. Ich weiß gar nicht, wie ihr hier überleben könnt, als ihr die Spinnen mitten im Schweinebord. Naja, weiß ja, es gibt regelmäßig Beef. Hm. Eigentlich... Moment, hau ich hier mal was... Nein, du Horst! Ja, genau. Sehr gut. Greif mal das Nest an und nicht die Spinne, die dich attackiert. Ach, ich hasse diese... Das und das und das und das und das. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Spinnenseide. Und irgend so ein ganz mieser Typ sorgt dafür, dass mitten in dem Schweinelager das Nest geplatziert wird. Hm. Das ist ja... Wer macht nur sowas? Sadisten. Lauf mal ruhig den ganzen Tag mit der, mit der Lampe durchgegangen. Das ist ja ein Traum hier. Ich trete auf das Spinnennest, kommt raus und erst mal sechs Schweine direkt drauf. So, dann machen wir nochmal. Wo waren denn die Steine? 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 Ach, da drüben. Nee, das ist ein Friedhof, was ist die Steine? Äh, das eine ist ein Friedhof und das andere noch ein Stück tiefer sind, äh... Komm mal eben mit. Ja, das Problem ist, dass ich dann erfriere. Hm. Wenn du den Wärmstein musst du warm machen. Ja, ich brauche aber Steine vorher. Achso. Ja, das ist natürlich doof. Muss ich sagen anzünden. Hm. Funktioniert ja so gut. Ja, wenn ihr die fucking scheiß Fackeln nicht findet, ist das scheiße. So, ich mach hier mal kurz noch weiter. Hm? Ah, ein Stein. Ich dachte bitte. Ähm... Achso, den meinte ich eigentlich noch gar nicht. Äh, okay, ja. Da gibt's Steine. Es gibt bestimmt auch... Nein, ich brauche mehr Steine. Irgendwo in der... In so einem Lager wird doch wohl auch noch ein Stein rumhängen, oder? Nee. Hier oben ist. Hier oben. Komm, 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 komm. Ich wollte es direkt erst mal einen Werbestein machen. Hm. Natürlich verrückt. Nicht... Ach, Mensch. Ach. Ich iss aber manchmal auch, ne? Da. Ich wär auf den KP. Ah, Chester. Äh... 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 So, wieder wechseln. Du... Atomkraftstoff hier, wer da hat... Wieso springst du mich an, Lusch? Springen in die Spinne? Ah, das braucht man ja. Wenn ich zu reine. Das ist ein Chester... Ne... Ich will doch zum Chester. Hm? Einer nach dem anderen würde meine Falle tappen. Komm! Ach, Chester ist ja ganz viel Platz. Ja, Chester ist so, ne? Komm, Herr Chester. Hm? Mhm. Oh, oh. Ich muss zurück. Ich frag mich gerade, ob das eine total beschissene Idee ist, oder ob das funktioniert. Aber bisher funktioniert. Was tust du da? Das hört sich nicht gut an. Ich werde im Sumpf gerade ziemlich verrückt. Also hab ich mir einen Schlafsack gebaut. Und weil die Teiche zu gut geworden sind, schlafe ich gerade im Sumpf auch gleich. Aber das funktioniert. Weiß nicht, ob das gut ist. Ja, verrückt sein ist auch kack. Wie er unter meiner Falle steht und mich angreift. Dieses dreiste Stück. Hack, 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 hack. Du oder ich. Spinnennest. Du oder ich. Komm, Chester, nicht hierbleiben. Hast du noch irgendwas, was ich mit einpacken muss? Klebeband. Also, bis auf deinen Rucksack hab ich jetzt alles eingepackt. So, wir sind. Hier ist das Case, wenn das da hingeht. So. Hahaha. Ihr Narren habt gedacht, ihr könnt mich besiegen. Okay. Zack, zack. Jetzt ist das auch voll inzwischen. Mal ganz kurz gucken. Da lassen wir das erstmal. Ist noch irgendwo ungünstige Plätze für Spinnen, wo man sie zufällig platzieren könnte? Zufällig. Nun gut. Dennoch. Es, es, es mangelt etwas an... Dingen. Welche sich Licht nennen. glücklicherweise habe ich einen Helm. Es ist ja nacht geworden. 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 Ich habe noch Feuerwege. Ja, Pyramanen unter sich, ne? Ja. Totziger. Was denn noch? Ey, der ganze Tag wäre auch rennt voll gewesen. Mein Gott. Ah, ja, ja. Ich bin hier gerade am Außentierer. Hm. I can't carry anymore. Das schnittenes Gras, der auf jeden Fall auch nicht. So, das und das. Ich bin jetzt viel mit den checkmen. Weil ich spischen kann. Bitte nicht böse werden, liebe Bäume. Okay? So, jetzt hab ich erst nochmal違う um 확인. D-vomann? Oh, du glaubst du nur etwasanimals. Habe ich die Schaufel im Lager in osten? Der Rucksack ist leer, den kannst du dann später wieder holen, das nix mit. Macht's bescheiden. So, ich komme jetzt zurück ins Lager und belebe dich wieder. Ich hab jetzt auch eine Spinnendrüse dabei, die brauchen wir auch, glaub ich, oder? Ja, ich war fleißig, hab befarmt. Muss uns ins Lager feuern, das ist unser Lager, sehr voll neu. Kommt ja nicht mehr zum... so. Mampf. Warum ist hier alles rot um mich rum? Oh, ich werd verrückt. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, ich hab' ich verlautert. So, jetzt... Nein, die Monster greift mich an! Oh, Mann! Im Kreisrennen. Ja, ich wollt' mir doch einen Hinzestell machen, dass ich Blumen sammeln kann. Nein, 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 nein! Na gut, ich lauf schon mal los, sonst... Ich seh schon, er überlebt das sonst nicht. Bin am Weg! Hier muss die Straße... Ah, ey! Oh, Mann! Oh, Mann, ich kann ja nicht mehr wissen, was ich in der Mund ist. Oh, die Hübe, wie das ist. Ich hab' gerade meine HP wieder frei. Komm her, mein ganzes Zeug liegt am Lagerfeuer. Hahaha, da kann er es nicht weiter. Ach, das ist doch... Sorry, der Winter hat mich... Hahaha, voll lauter Gras. Ja, aber der, der tut echt schnell verrückt werden, der ist ja rum, oder? Hm. Das tickt immer grad so runter. Oh, da oben ist ne Spur. Ich muss euch jetzt wieder belehnen. Wie viel Leben hab' ich? 130. Ein Leben ist schon hart, ne? Ich sag's dir, das ist das, kannst du dir gar nicht vorstellen. Okay, du bist immer auf Wanderschaft, ne? Und ich muss mir hier... Wir haben euch hier so ein schönes Lager vorbereitet. Au! Nimm! Meine Heilung. Au! Nimm! Eine Heilung habt ihr... Ich hab' da, glaube ich, acht Stück hingelegt. Aber wir haben sie jetzt verbraucht. Hm. Irgendjemand. So, noch mal. Heilung, Heilung, Heilung. Ich mach' mich erstmal wieder ganz... So. Geh' wieder weg, Chester. So, äh... Irgendwo sind hier Hasenohrenschützer. In der Truhe ist noch ne... ...etwas leere Taschenlampe. Ich hab' auch einen dabei. Okay. Also der komische Helm da, ich weiß. Hm. Haben wir doch eins zu viel gemacht? Habe ich eins zu viel gemacht? Ja. Ich bin unschlüssig. Naja. Zelt. Na, ich hab' noch keinen Pilzkreis gefunden. Muss auch noch irgendwo sein. Aber eine Spitzhacke ist... Da können wir auch eine Spitzhacke machen. Die, 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 die... Das Vieh muss hier irgendwo in der Nähe sein. Komm schon. Dann hab' ich... ...meinen Kopf wieder frei. Hast du einen Hitzestein, Tim? Brauchst du einen? Ohja, wär' nicht schlecht. Dann mach' ich dir auch noch einen, wenn ich dabei bin. Oh, ist es sogar ein blauer! Hitzesteine. Ein Traum. So, ich leg's erstmal ins Feuer zum Aufreize. So, einer. Zwei. So, nee, 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 nee. Jetzt wird hier nicht dunkel. Ich hab' dafür keine Zeit. Ich muss den da töten. Das hast du nicht gebucht. Nee, 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 nee. Der musste in seine Nische. Und jetzt ist hier Feierabend. Jetzt ist hier direkt Licht aus. Nice! Nö, das passt. Zack. Gelb oder orange. Ja. Du kannst nicht inkommen. Du kannst nicht. Schnell. In diesem engen Felsvorsprung ist mir über zwei bedeutungslos. Und deine Größe sowieso. So, das brauche ich. Das brauche ich. Das brauche ich. Okay. Ah, schnell, 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 schnell. Schnell, schnell, schnell. Verschwinde, du Drecksvogel! Wo sind eigentlich die... Achso, das war leer von mir? Hattest du den Lungen dabei und so? Oder? Guck mal in unsere Lauf-Darmarten drin. Achso. Da sitzt sich der Vogel dahin, wo ich das Feuer platzieren will. Dreistes Vieh. Aha. Und blockiert mich. So, jetzt kann ich endlich mal einen Mantel bauen. Ich hoffe, dass das nicht mehr so geil ist. Stirbhase. Den Steiner hattest du jetzt, ne? Die Steiner ist jetzt noch zwei Stück. Der Recht habe ich zu... Vorher zu Heizsteiner. Äh. 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 Hier hat liegen lassen. Hier ist noch mehr. Hier ist noch mehr. Zack. Vier. Naja. Nix ist was. Was? Äh. Das... Das trägst du mit dir rum, ne? Das habe ich gerade geholt. Das lag... Nee, Loli. Was? Das Biflo. Fell. Das schleppst du mit dir rum, ne? Nee. Nein? Was? Ist das alles verarbeitet? Ich habe mir nur eine Mütze gemacht. Und den Rest wieder hingeschmissen. Ich glaube, das waren aber nur insgesamt sechs oder sieben. Ich habe nichts verwendet davon. Ich hatte welche mit... Ich hatte welche mitgebracht. Ja, genau. Das ist die, wo ich hier hergelegt habe. Äh. So. Dann haben wir schon mal ne... Äh. Mist. Wie mache ich denn das jetzt? Jetzt muss ich erst mal alles sortieren. Da ist die... Waaah. Es ist ganz schön. Dann ne. Kalt. 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 Wurde angezündet? Das sah gerade so aus. Kannst mal alles verbrennen. So. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Dann das und das. Du kommst auch hier rein. Äh. Ich habe hier noch Dünger. Und... Holz. Ich habe hier noch Klebeband. Dann, falls irgendjemand einen Rucksack braucht. Dann habe ich hier... 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 eine Mütze. Das war... Und... Ja. Jetzt bräuchten wir Bifelos. Geschorene Bifelos. Das ist nicht doof. Ich weiß... Wenn hier... Hat jemand noch Holzanstecke hier? Die Bifelos Herde war unten rechts, ne? Ja. Ja, im Osten. Unter links. Hm. Achso. Die... Die... Zwei Stück. Die waren links. Ja. Achso. Aber noch eine große Funde inzwischen. Ja. Ja. Ich war... Da waren halt ein paar, ne? Sehr gut. Okay. Das haben wir. Ähm. Du musst den Stein nicht unbedingt daneben legen, ne? Du kannst den auch in der Tasche halten. Ja. Ja. Aber ich bin ja hier am Kochen. Deswegen habe ich in der Zeit das Ding aufgeladen. Hm. Also... Einer von euch kann sich hier die Mütze schnappen, ne? Die hält um einiges wärmer. Falls ihr weiter weg wollt, oder so. Welche Mütze? Wo Mütze? Wo Mütze? Da ist die Wintermütze. Ach, dann... Bäh. Und dann fände ich an dir vorbeilaufen. Dann habe ich keinen Dings mehr. Kein Bifelofail, sonst hätte ich neue gemacht. So. Oh. Ähm. Oh, wird schon wieder dunkel hier. Zack. Boah. Ähm. Das könnte ich auch mal irgendwo hinpflanzen, weil man am besten was Probleme macht. Okay, jetzt haben wir schon mal ein bisschen was. Man könnte... Einer könnte ja mal losgehen und Bäume fällen. Und... Wollen wir das vielleicht beim nächsten Mal machen? Ist das schon so spät? Mhm. Oh, mein. Schläfe jetzt. Na gut, da komme ich zurück ins Lager. Ja. Ich werde das schon wieder verrückt zu machen. Ja. Ach. Hey. Ich baue sogar gerade Dinge auf. Geistige Gesundheit. Oh mein Gott. Dinge. Ja. Ja. Wie macht man das eigentlich? Weil ich hatte es auch mal zwischendrin gebaut hat. Geistige Gesundheit. Ich weiß nicht. Die baut sich immer auf. Eigentlich am Tag. Jetzt muss die hochgehen gerade. Nee, macht's nicht. Bei mir steht's jetzt gerade fest. Ich kling mich an der Stelle mal aus. Alles klar. Einen wunderschönen Arm noch. Kling ich mich aber auch mal aus. Ja. Ich muss noch Geschenke öffnen. Ich muss noch Geschenke öffnen. Tada. Das klinge an den Zahn. 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 So. Alles klar, meine lieben Freunde. Das war eine Runde Downstaffed Together. Ich hoffe sehr, dass es euch gefällt. Wenn dem so sein gerne ein Däumchen da lassen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.